Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wir befinden uns in den Tiefen des Abgrundes. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und auf einem Weg hier raus. Willkommen zurück zu Minecraft. Die spielen wir immer noch. Unglaublicherweise ist es mir gelungen, diese magischen Momente des Kohleabbauens im Video aufzufangen und mit euch zu teilen. So, macht Spaß beiseite. Wir bauen jetzt hier Kohle ab. Und wir sind ja ursprünglich doch mal kurz hierher gekommen, um Kohle abzubauen. Wir brauchen Kohle. Kohle, Kohle. Noch mehr Kohle. Man, hier ist viel Kohle. Richtig viel Kohle. Und das gefällt mir doch. Das gefällt mir richtig doch. Ganz viel Kohle haben wir hier. Und wir müssen auf jeden Fall langsam mal danach hier raus unsere 17 Diamanten in Sicherheit bringen. Halt, da ist noch Kohle. Wie viel haben wir? 39 Kohle. Heftig, heftig, heftig. Da lang. Gut, wir bringen unseren Zauber-Eimer zum Einsatz. So. Ach, da sind wir ja hergekommen. Na gut. Wir versuchen uns trotzdem mal hier so ein bisschen durchzukämpfen. Es ist dunkel. Wir brauchen Licht. So. So. Da ist noch mehr Kohle. Da ist noch Lapis. Und da ist eine Quelle. Die wir jetzt versiegeln werden. Ich hoffe, mir kommt jetzt hier keine Lave auf den Kopf. Das wäre ungünstig, weil ich habe gehört, die Eiter ganz schlecht wieder raus. Äh. 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 Weg. Hau ab. So. Da wäre ich doch schon wieder ein Zombie. Ja, aber das ist in Ordnung. Wir können ruhig mal ein paar Zombies suchen. In der Suche nach neuen Freunden. In der Suche nach neuen Freunden. Bestreiften. Alter. Bestreiften sie die Tiefen. Der Höhle. Oh. Da wäre ich ja beinahe drin gehopst. Mann, 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 Mann. Kann da so nicht arbeiten. Lava. Geh weg. Hau ab. Äh. Doch, da war drin gestopft. So. Geht doch. Dann bauen wir hier noch ein bisschen Kohle ab. Haben wir ja nur so wenig von. Und das meine ich nicht ironisch. Noch mehr Lava. Ich mag keine Lava. Hm. Schock. Nicht da reinfallen. Was ist ganz ungünstig. Und das setzt spannende Musik ein. Wir sind hier auf Höhe 8. Mann, 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 Mann. Wenn uns da nicht noch ein paar Diamanten irgendwie mal anlächeln würden. Dann gehen wir nicht mehr weiter. Aber das, wenn jetzt nicht stimmt, ist auch noch ein bisschen. Unser Inventar ist voll. Feuerstellen weg. Kohle nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Das war wieder voll. Was lassen wir hier? Dann können wir die Böen austauschen. Und für den Bogen lassen wir hier das Pulver. Eigentlich braucht die Pilze. Aber ist egal. Das war die Spitzhacke. Aber wir haben ja noch eine. Zum Glück. Und für den Feuerstein nehmen wir lieber das Schwarz-Pulver-Schieß-Pulver-Dingens-Bummens mit. Oh, noch mehr Kohle. Oh, ein bisschen Licht, dass uns hier nicht bald ein Creeper auf die Schulter kippt. Und das Hallo. Da bin ich. Da ist ein Skelett. Ich sehe es doch. Und da ist ein Zombie. Und noch ein Zombie. Uiuiuiuiuiui. Aua. Das ist nicht sehr höflich. Machen wir hier mal ein bisschen Erleuchtinger. Oh. Der interessiert sich gar nicht für uns. Doch jetzt. Oder auch nicht. Willst du spielen? So. Hier gehts nach oben. Das freut mir doch. Die Gelegenheit nahm er dann wahr. Man folgte der Sargasm. Toll. Toll. Wir legen uns hier mit Creepern an. Und Zombies. Und Skeletten. Nur irgendwie gibt es hier keine Spinnen. Aber Skelette gibt es hier ohne Ende. Aua. Guck mal hier. Ein Spawner? Hier sind wir hergekommen. Also gehen wir hier lang. Da ist ein Waterfall. So. So. Sich aus Gewasserfalt. Hier ist wieder nichts. So mieser. Wo kommt ihr denn eigentlich her? Wo kommt ihr her? Wo kommt ihr her? Wo kommt ihr her? Alter. Stirb. Hier ist wieder nichts. Jetzt. Und äh. Da gehts wieder runter. Ich will nicht runter. Ich will hoch. Nach Hause. Mein Bett. Zu den Möbels. Ach man ey. Ach man ey. Da ist wieder nur ne Sackgasse. Ich hab mich noch nie so gefreut eine Sackgasse zu finden. So. Hier waren wir überall schon. Aber hier war noch irgendwo ein Weg wo wir noch nicht lang gegangen sind. Nämlich. Was war das hier? Gehts noch weiter nach oben. Alter. Sackgasse wa? Sackgasse? Sackgasse. 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 Supi. Und sonst gehen die Fackeln aus. So streiften sie. Durch die Tiefen. Die tiefsten Tiefen. Die tiefsten Tiefen. Die tiefsten Tiefen. Die tiefsten Tiefen. Warum so tief? Da geh ich nicht lang. Also gehen wir hier hoch. Und hier lang. Ah ne hier war ja nichts weiter. Da ist dunkel. Da ist dunkel. Weiß nun noch nicht ob das gut oder schlecht ist. Na? Bumm. Ich hab mir jetzt mal ne Fackel gekillt. Sau. Das Licht. Ich sehe das Licht. Am Ende des Tunnels. Und ich sehe den Zombie. Hallo lässt du mich hier hoch? Bitte. Danke. Und noch ein Zombie. Ich sehe den hier hoch. Ich sehe den hier hoch. Hinter uns. Über uns. Neben uns. Hä? Hier war da grad noch ein Zombie. Egal. Irgendwo ging es hier nach Hause. Weiß ich noch genau. Weiß ich noch genau. Autsch. Und dann schwimmen wir mal nach oben. Schwimmen wir mal nach oben. So. Jetzt haben wir wieder ein paar. Wackene Sticks mehr. Aber nicht so schlimm. Wir haben hier noch Holz. Vor der Hütte. Haha. Aber wir haben hier. Da gehts runter. Da gehen wir jetzt nicht hin. Da gehen wir jetzt nicht hin. Da gehen wir jetzt nicht hin. Da gehts noch weiter nach oben. Ach das gefällt mir. Da gehts noch weiter nach oben. Aber wir gehen jetzt mal hier nach oben. Und dann. Wenn ich jetzt nochmal sage. Wir gehen nach oben. Dann. Weiß ich auch nicht mehr. Alter Schwede. Das wird so hoch angesetzt. Aber ist ja egal. Nein. Ich will doch nur nach Hause. Mensch. Wir haben schon wieder keine Fackeln mehr. Verdammt. So. Und so. So. Jetzt nochmal wieder Fackeln. Da gehts nach oben. Da gehts nach oben. Nein. Sackgasse. Verdammt. Ah. Nee. 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 Ich kann doch so nicht arbeiten. Mensch. Dann hatten wir einen kleinen Ruckler. Dann gehen wir jetzt hier nach unten. Ich will nicht nach unten. Da war eine Sackgasse. Da gehts nach oben. Alter. Kann doch nicht so schwer sein. Mensch. So. Das sieht doch wie an einer Sackgasse aus. Oh. Hier gehts nach oben. Ja. Komm. Oh. Schock. Oh. Oh. Eine Spinne. Wir haben noch lange keine Spinne mehr gesehen. Meine P. So. Weiter gehts. Wir sind auf Höhe. Ausgang. Ausgang. Ich krieg ein Kind. Komm her hier. Ja. Wo ist ein Skelett. Was uns nicht trifft. Ach. Da unten. Ja. Da kannst du bleiben. Geht schnell nach Hause. Schnell nach Hause. Schnell nach Hause. Dann gehts runter. Oh. Oh. Was ist hier unser Haus. Ich stelle mich jetzt hier in die Ecke. Und beende die Folge. 2. Und 3. So. Bis zum nächsten Part. Tschüss.